Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Folge von Simpleweed Park wieder mit dabei seid. Wir sind mit Agent Ray jetzt im Penthouse angelangt. Ich glaube, wir mussten... Ja, müssen wir mal schauen, was wir mit ihr machen können. 18 weitere Staubkörner, das Zeppen hat also nichts gebracht. Hatten wir hier... Ne, aber da hatten wir, glaube ich, auch nichts mit Penthouse. Könnte höchstens sein, dass der Schlüssel zur Kissenfabrik vielleicht da ist. Wobei, das glaube ich auch nicht. Den Schlüssel kriegen wir vielleicht mit dem Testament. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier mit Agent Ray an. Aha. Wenn wir jetzt hier so sind, dann würde Franklin wahrscheinlich auch hier reinkommen, oder? Es sieht aus, wie ein Buch hier hier gelegt wird. Es sieht aus, wie ein Buch hier gelegt wird. Äh, haben wir hier... Es sieht aus, wie ein Buch hier gelegt wird. Ich hätte hier gerne einen Lichtschalter oder sowas, aber... Ja, okay. Ich glaube, wir müssten auf jeden Fall mit einem Menschen hier reinkommen. Um diese Tür zu öffnen. Und wenn es nur dafür da ist. Ja, okay. Ne, ansonsten scheint mal hier tatsächlich... Ansonsten scheint mal hier tatsächlich nichts zu haben. Gut, dann gehen wir doch mal... ...mit dir auch ins Penthouse rein. Jetzt kommen wir in den geheimen Raum rein. Das ist ja schon mal gut. Und da müssten wir jetzt quasi... ...den Kristall wahrscheinlich mit dem Podium benutzen. Hm. Aber wie kommen wir an den Kristall ran? Das ist jetzt die andere Sache. Ich glaube ja immer noch, dass wir die... ...Piginions anrufen müssen. Oh, sieht aus wie ein Buch hier gelegt wird. Ja, okay, aber... Ja, da kommen wir leider jetzt doch nicht weiter. Ich habe jetzt gehofft, wir kommen da ein bisschen mehr weiter. Aber das ist leider nicht der Fall. Na gut. Ich probiere jetzt nochmal aus, ob wir vielleicht doch diese... ...Dings, ähm... ...die Tauben quasi anrufen können. Und sagen, hier in diesem... ...Hotel spuckt es. Kann natürlich sein, dass es vielleicht erst sehr, sehr viel später kommt. Vielleicht im nächsten Kapitel oder so, dass es da erst dann geht. Oder dass wir noch was machen müssen. Ach, ich hätte doch Ding anrufen. Naja, egal. Äh, 2, 0, 1, 4. Ich glaube aber, es geht nicht. Ja, okay. Vielleicht muss man da tatsächlich erst später anrufen. Ah. Oh, guck mal, da ist die Tür offen. Ja, okay. Die Tür ist offen, aber wir kommen nicht rein. Ich dachte, wir auch vorher... Oh, hau... Oh, hau... Oh, hau... Oh, und willkommen zu ThimbleCon, of course. Bye. Shut up in there. Han shot first. Ah. Okay, wir brauchen das Ticket. Das Problem ist, wenn wir das Ding hier reinmachen, kommen wir nicht durch, weil alle noch hören. Weil alle Dings wieder belegt sind. Oh, es geht doch. Ah, ich hab keine Ahnung. Was war Jenny's Telefonnummer? Oh. Traurig aber wahr? Ich hab keine Ahnung mehr, welches die Nummer war. Too bad. That's not correct. Ich weiß, dass die sehr, sehr bekannt ist, aber ich wüsste jetzt trotzdem nicht. This is your brain. This is drugs. Blank. You got it. Let's see, how you did. You got one out of three. Ah, was war denn das für... I'm sorry. You don't win the Tickets. Maybe next time you'll do better. Now back to our regularly scheduled... Was war denn dieser Rufnummer von Rossi? Ich muss gestehen, ich muss jetzt nachschauen. Weil ich hab keine Ahnung mehr, wie das Ding... Ich weiß, welche das ist eigentlich, aber... Welches war denn das, die Nummer? Ich glaub, das war die hier. 32, 16, 8. So. Und St. Helens war das... War der... Vulkan. Okay. Dann haben wir das jetzt. Also nochmal anrufen. Was ich mich frag, vorhin... Was heißt vorhin? Äh, in der anderen Folge haben wir doch auch angerufen. Da war das Ding, die Tube schon drin. Da haben wir halt nicht über das Mobiltelefon angerufen, sondern nur da. Aber... Ähm... Wir sind nicht durchgekommen. Durchgekommen. Hä? Ah, ich glaub, ich weiß, was Sache ist. Das müssen wir so oft probieren, bis wir mal durchkommen. Oha, ist das aber nervig. Das ist dann tatsächlich so ein Teil? Gehen wir mal... Ortswechsel, vielleicht geht's dann. Ach, das gibt's doch nicht. Ist das tatsächlich so ein Zufallsding, wann man durchkommt und wann man nicht durchkommt? Äh, was war's? Äh, 8, 6. Oder müssen wir es jetzt vielleicht, äh, mit einem anderen Telefonen probieren? Das wäre auch möglich. Dass sie jetzt die ganze Zeit gesperrt ist, aber mit dem anderen Telefon, komm mal durch. Das wäre durchaus möglich, dass das der Fall sein könnte. Hm. Das ist aber blöd. Wenn es wirklich Zufallsding ist... Äh, dann müssen wir es jetzt so oft probieren, bis wir durchkommen. All circuits are busy. Please try again later. Es sei denn... All circuits are busy. Please try again later. Es sei denn vielleicht doch noch eine Idee. Vielleicht hat es mit dem Rausmachen von dem Ding doch was gebracht. Jetzt merken die Leute, sie können wieder anrufen und es passiert was. Wenn wir es da aber rausnehmen... Ja, schon klar. Wenn wir es jetzt rausnehmen... Dann geht's nicht. Dann rufen die Leute... Dann rufen die Leute nicht an. Dann warten wir jetzt ganz kurz. Dann machen wir es wieder rein und rufen dann nochmal an. Weil wenn dann die Leute nicht pausenlos anrufen... Weil sie... Jetzt versuchen sie es pausenlos noch anzurufen. Geht nicht. Dann lassen sie es. Ähm... Und dann geht's vielleicht wieder. Wenn ihr meine Gedankengänge vollziehen könnt. Genauso ist es anscheinend. Es sind andere Fragen. Äh... Okay. Wo waren die Olympischen Spieler? Nein, nicht von 2020. Äh... Äh... Wenn man es auch richtig eingeben müsste. In Moskau. Okay. Man muss es natürlich auch richtig eingeben. Monschischi? Lava Lambo? Ach, verdammt. Zubeißen können. Das weiß ich noch. Zwei von drei. Oh! Okay. Sehr schön. ThimbleCon 87 Tickets. Du kannst sie auf dem Edmund Hotel Frontdesk holen. Was ist dein Name? Ähm... Mein Name. Okay, es war tatsächlich so, wir müssen es rausnehmen, die Röhre, dann merken die Leute, wir können nicht anrufen, ähm, und rufen nicht mehr an. Und wenn wir dann anrufen, ähm, kommen wir durch, weil keiner mehr anruft, die Leute merken aber, dass die Leitung wieder geht, und danach rufen sie wieder wie verrückt an, sodass wir erst das Ding wieder rausnehmen müssen. Ist eigentlich relativ logisch, das Rätsel. Und eigentlich auch ziemlich cool. So, auf jeden Fall, wir haben vier Dinger bekommen. Ah, ja, hier ist dein Name, Abu, auf der Liste. Wie kann ich denn sein, Abu, auf der Service? Ist nichts passiert heute in dem Hotel? ThimbleCon, Abu, hat eine Rekord-Abu-Krouds. Was der Rekord, dass nur zwei Leute kamen? Wenn du dich ruhig befreierst von von allen Dingen auszulernen, würde ich, für einen, Abu, wäre sehr glücklich. Okay. Other than ThimbleCon, nichts, Abu. So, wir haben vier Dinger. Was mich jetzt gerade fragt, wir haben gar kein Ticket. Eigentlich müssten, äh, Ticket schon. Aber, äh, für unser Zimmer, wir haben doch ein Zimmer gemietet. Warum haben wir kein, äh, Zimmer, ähm, äh, Zimmerschlüssel? So, jetzt gehen wir mit allen. Ja, ja. Ruhe, Ransom. Wir gehen jetzt mit allen hierher und dann kriegt jeder ein Ticket. Dann hat, dann kann eben mal jeder da reingehen. So, äh, und noch der Loras. Aber das Rätsel mit der Dings hat mir ganz gut gefallen. Mit der Röhre rausmachen und das wir dann wieder reinmachen und dann kommen wir als nächstes ran. So, also, du kriegst ein Ticket. Du kriegst ein Ticket. Und du kriegst ein Ticket. Und wir spielen wieder Dolores und gehen da rein. Ich meine, mit Dolores sind wir eigentlich auch hier gewesen, um den Anwalt zu finden. Wir haben ein Ticket. Ah, okay. Das heißt, wir brüßen das auch gar nicht. Ich hätte mir das auch sparen können. Naja, egal. Oh, guck mal, das ist Brand. Das ist sogar der Richtige hier, den wir schon haben wollen. Aber erst einmal gab es da nicht noch... Staubkorn. So. Reden wir mal mit den ganzen Leuten hier. Ich glaube, wir müssen mit Ransom hierher gehen. Und diesen Contest mitmachen. Das da wäre doch was für Dolores. Oh, wir haben mittlerweile Gary Gwynnig hier. Anscheinend wird hier ständig gewechselt, wer hier steht. Ja, auch eine Art, sich ins Spiel einzubinden. Piu, 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 piu. Books on UFOs, Animation and Puppies. I feel like this Spock-Cosplayer is ahead of our time. Piu, piu, piu. Was haben wir da? Raumschiffe in Flaschen? Teenie, tiny spaceships in bottles. Starships in bottles. Hand made. How do you make the Starships so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. Okay, der hat das richtige Werkzeug, damit wir die Uhre barrieren können. Sehr gut. Can I mind your stand while you get me your tools? You'd need to know a lot about Star Trek to be able to man my booth. Did you know that on Impulse Drive, it would take 400,000 years for the Enterprise to cross the galaxy? Actually, I do. Or that the Galaxy-class Enterprise is 353.5 meters longer than the Constitution-class Enterprise. Yes, I know. Well, I'm sure there is a lot more you don't know. So you see, it's perfectly obvious that I can't possibly leave my stand to an ignoramus like you. But if you got me dinner, then maybe I could do something for you. Okay. Aber sie wusste doch alles. Oh man. Äh, und wir sind genau mit der richtigen Person hier, weil sie hat auch den Hamburger. Ha, sehr schön. Aber wir fragen erstmal, was die Raumschiffe kosten. How much do you Star Ships cost? More than someone in your pay bracket can afford. But today we're doing a special deal. If you can answer me this one question, you will get a free Starship in a bottle. What is the question I need to answer to get a free Starship? Warning. You only have one chance to get this right. Which is the best science fiction show ever made? Ich bin mir nicht sicher. Äh, ich würde sagen wahrscheinlich Raumschiff Enterprise? Star Trek. Congratulations. You've won a replica of the Starship Isabella. Sehr schön. So, was hättest du denn, hättest du gern diesen Hamburger? Would you like this hamburger? Thanks. That's exactly what I wanted. Delicious. Mmh. I, uh, 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 I have to go to my room. Ah. Okay. Ähm. Aber sein Zeug hat er doch auch auf sein Zimmer. Äh, warte mal. Wir hätten den wahrscheinlich verfolgen müssen, oder? Okay, das ist zwölf, elf, zehn. Das ist bei zehn. Wir brauchen halt sein... Gut, dass ich da schon schnell genug rausgegangen bin, Zehn. Wir müssen irgendwie... Wahrscheinlich müssen wir uns im Zimmer dann verstecken. Um an sein Werkzeug zu kommen. So, es ist wahrscheinlich eine Tür offen. Ne, ist das alles zu? Hä? Aber der ist doch auf zehn hochge... Ne, das war elf. Verdammt. Das war doch elf, oder? Verdammt. Weiß ich, zehn oder elf? Ah, da ist die Tür offen. Aber wir sind zu spät. Verdammt, wir waren zu spät. Der Elevator ist nicht reagiert. Niemand muss seinen Gehäuse haben. Aber... Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das jetzt geschickter. Wir gehen nämlich mit dir... Dass ich mich da aus Versehen irgendwie so verzählt habe. Das ist schon peinlich. Ah, halt. Elf. Ich dachte aber... Ja, ich habe es irgendwie falsch gesehen gehabt. Aber wir warten jetzt einfach mit Agent Reyes davor. Elf, zwölf und Penthouse. Deswegen wahrscheinlich. Ne, wir warten jetzt mit dem hier. Dann können wir nämlich relativ schnell das machen. Und mit dir holen wir uns einen neuen Hamburger. Dann hol ich jetzt noch und dann verhänd mal die Folge. Äh... Ach, der Burger geht gar nicht mehr. Ich habe den Cherry Pie. Sorry. Ein kleiner Typ hat den letzten Slice mit einem Kuchen von Joe. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich habe meine Meinung geändert. Ich bin nicht hungry. Nachdem, Dolores. Oder müssen wir das mit jemand anderem machen? Dass wir mit dir nochmal... ...en Burger holen können. Ah, das ist ja blöd. Das muss ich jetzt noch schnell wissen, ob das geht. Was kann ich für dich machen, honey? Ich würde gerne ein bisschen Essen ordern. Natürlich. Alles ist auf dem Menübord. Was willst du? Das gibt es nicht mehr. Verdammt. Ich habe einen Salad. Du guckst in deiner Figur? Gut für dich, honey. Ja, aber wir sind aus Salad. Ich weiß jemanden, der kann standen, um mehr Salad zu essen. Schau dich, Dave. Haben wir das jetzt... Haben wir das jetzt... ...gedingst? Haben wir das jetzt... ...gebrobt? Also, dass es nicht mehr geht? Oder müssen wir jetzt einfach nochmal mit dem reden? Damit es nochmal schlecht wird. Ja, da ist nämlich weiterhin abgeschlossen. Ha. Okay, entweder habe ich das jetzt Mist gebaut, weil ich nicht schnell genug war. Oder wir müssen vielleicht nochmal mit ihm reden, um da nochmal reinzukommen. Ich habe einfach zu... Ja, mein Fehler war tatsächlich... ...ähm... ...dass ich es nicht geschafft habe zwischen... ...ähm... ...dass ich zuerst auf den Zehner gegangen bin und dann erst auf den Elfer. Oder er wäre jeder... ...oder es war so gewesen, dass er immer rausgekommen wäre, wenn wir aus dem Zimmer rausgekommen wären. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, gut. Egal. Schauen wir in der nächsten Folge mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Oder ob ich nochmal neu laden muss und das nochmal machen muss. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine Sackgasse und ich glaube, in dem Spiel gibt es keine Sackgassen. Na gut. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.